Herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo von Netzwerb Deutsch, dem Netzwerk zum Lernen der deutschen Sprache. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs Abfälschen. Schaut und hört euch die Formen gut an. Wir beginnen zunächst mit den Stammformen. Fälscht ab. Fälschte ab. Hat abgefälscht. Kommen wir nun zu den Zeitformen. Als erstes schauen wir uns das Präsens an. Ich fälsche ab. Du fälschst ab. Er fälscht ab. Wir fälschen ab. Ihr fälscht ab. Sie fälschen ab. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich fälschte ab. Du fälschtest ab. Er fälschte ab. Wir fälschten ab. Ihr fälschtet ab. Sie fälschten ab. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe abgefälscht. Du hast abgefälscht. Er hat abgefälscht. Wir haben abgefälscht. Ihr habt abgefälscht. Sie haben abgefälscht. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich fälscht ab. Du fälschst ab. Er fälscht ab. Wir fälschen ab. Ihr fälschet ab. Sie fälschen ab. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich fälschte ab. Du fälschtest ab. Er fälschte ab. Wir fälschten ab. Ihr fälschtet ab. Sie fälschten ab. Den Schluss macht der Imperativ. Fälsche ab du. Fälschen ab wir. Fälscht ab ihr. Fälschen ab sie. Das war unser heutiges Lernvideo zum Verb abfälschen. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Schaut auch auf unseren Webseiten www.verbformen.de, www.verben.de, www.sprachlehre.de und www.zzapp.de vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb. Bis zum nächsten Video, euer Team.